Ja, Servus, Grüezi, Hallo und Moin Moin. Mein Name ist Burkhard Huber, Cardo, der HAJ Hannover Marathonbotschafter. Das ist eine der Funktionen. Wenn du dieses Video bis zum Schluss anhörst, dir anschaust, dann lade ich dich wahrscheinlich zum Essen ein, hier im Großraum Bremen. Des Weiteren habe ich den einen oder anderen Job zu vergeben und würde mich freuen, wenn du bis noch nicht hast, diesen Kanal erstmal abonnierst, die Klingel anmachst, damit ich dich immer wieder informiere automatisch, was es Neues gibt. Und jetzt geht es darum, dich zum Essen einzuladen und ein paar Jobangebote, ohne dass ich sage, lock dich ein und verdiene Millionen. Nein, nein, ganz einfach, ganz ehrlich, du machst eine Leistung, ich versuche dich dafür zu bezahlen und außerdem lade ich dich und dich und dich und dich zum Essen ein. Was es damit hinter sich hat, das erfahrt ihr in diesem Video. Schnitt. Mein Name ist Burkhard Cardo, schön, dass ihr da seid. Jetzt kommen wir zur Erklärung. Viele von euch kennen mich ja bereits, dass ich so als Videovlogger durch die Welt renne. Running around the world, Marathons in der ganzen Welt, das ist mein Hobby. Und das versuche ich mit der Kamera begleitet. Ich habe einen kleinen YouTube-Kanal, ich bediene ein bisschen Instagram, ein bisschen Facebook, ein bisschen Twitter. Und das Ganze wird immer größer, 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 größer. Und dafür ist das Rad, was ich drehe, viel zu groß. Ich kann es nicht mehr alleine bedienen. Und darum habe ich ein paar Jobs zu vergeben. Und zwar für diejenigen, die Lust haben zu erfahren, wie man so einen Kanal aufzieht. Da steht unheimlich viel Arbeit hinter. Und da brauche ich Hilfe, Support. Entweder machst du mit, weil du Lust hast, das zu erfahren. Oder vielleicht auch, weil du Geld verdienen willst. Als erstes benötige ich eine virtuelle Assistentin oder einen virtuellen Assistenten. Ganz egal. Oder auch sächlich bezogen. Wir müssen uns ja mit dem Trend der Zeit geben. Also, das heißt, ich schicke dir eine WhatsApp, spreche einige Worte rauf oder einige Sätze. Du tippst die Worte ein und schickst sie mir zurück per WhatsApp. Und dann kann ich Copy und Paste machen und unter meine Texte, in meinen Videos, die Hashtags etc. die Texte eingeben. Denn oftmals sitze ich im Auto, spreche was ein und muss ich später machen. Das schaffe ich alles nicht alleine. Das heißt, ich brauche erstens jemanden, der mich virtuell unterstützt. Dazu brauchst du auch nicht aus dem Großraum Bremen kommen. Das kann von irgendwo sein. Wie wir das honorieren, das besprechen wir an einem persönlichen Telefonat. Und zwar nicht über das Internet. Aber ich habe schon eine sehr gute Idee. Also, es könnte für dich, für dich, für dich, für dich, für euch alle interessant sein. Also, ich spreche was ein auf WhatsApp. Ihr bekommt die WhatsApp-Sprachnachricht oder eine Videonachricht von mir. Und du setzt es um, schreibst es, schickst es mir zurück. Ich kann es nutzen. Verdienstmöglichkeit 1 für dich. Schreib an mich, Privatmitteilung. Oder kontaktiere mich über Facebook. Und erzähl mir, was du ungefähr für eine Stunde Arbeit haben möchtest, was du dir vorstellst. Verdienstmöglichkeit 1. Verdienstmöglichkeit 2. Hi, ich lade dich zum Essen ein. Jawohl. Denn ich habe in diesem Jahr mehrere Projekte vor. Und ich muss ganz oft, ganz oft essen gehen. Und ich brauche dich. Wir machen Restaurantbewertungen. Das heißt, ich brauche immer einen Partner, der mit mir zusammen in Bremen, in der Umgebung oder auch in anderen Städten essen geht. Dein Honorar? Du isst umsonst. Du bist bei mir. Das Einzige, was ich von dir verlange, ist eine Freigabeerklärung, dass das, was wir gemeinsam erleben, auch senden dürfen. Du gibst mir die Rechte an deinem Bild. Das heißt, wir gehen essen. Wir filmen ein bisschen. Wir reden über das Essen. Wir reden über andere Dinge. Wir sprechen gemeinsam, was dürfen wir senden. Und dann wird das gesendet. Und du hast mich einfach begleitet. Kommst gegebenenfalls mit deinem Gesicht, mit deinem Bild, mit deinen Bemerkungen mit in meine Videos, in meine Reviews. Und das war es. Erstmal Spaß dabei. Und du kannst es dann auch teilen. Das Einzige ist, ich brauche eine Freigabeerklärung, dass ich dich senden darf. So, das wäre die Möglichkeit. Fun. Wir gehen zusammen in Cocktailbars. Wir gehen zusammen essen chinesisch, italienisch, spanisch, deutsch, wie auch immer. Willst du mit mir essen gehen, dann melde dich und bewerbe dich. Meistens hier Großraum Bremen. Und ich habe so viele gehört, die sagen, hey, lad mich mal aufs Essen ein. Mach ich. Das heißt, du bewirbst dich und dann gucken wir, wann wir einen Termin finden. Und dann gehen wir gemeinsam essen. Kosten für dich gar nicht. Verdienstmöglichkeit oder Spaßfaktor Nummer 2. Nummer 3. Ich brauche jemanden, der mir dabei hilft, Webseiten zu erstellen. Ich muss mehrere Shops eröffnen. Ich muss einen T-Shirt-Shop eröffnen. Oder ich muss verschiedene Systeme bedienen. Das sind alles Baukästen. Ich kann das aber alleine nicht. Dafür brauche ich jemanden, der zu mir kommt, der das mit mir gemeinsam macht. Teilweise in Heimarbeit. Und wenn du meinst, du könntest das, dann bist du der richtige Mann oder die richtige Frau, mit mir digital, virtuell auszutauschen. Und wie wir das honorieren, das sehen wir später. Es gibt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1. Für deine Arbeit. Wenn du mir hilfst, Webseiten zu erstellen, Shops zu eröffnen, dann kriegst du ein einmaliges Honorar und wir sind raus. Und wir bleiben Freunde. Die zweite Möglichkeit. Du glaubst an meine Projekte. Dann wirst du an den Shops, an den Projekten finanziell beteiligt für die nächsten Tage, Wochen, Monate, für ewig. Was du mit mir erstellt hast, davon bekommst du eine Provision ab. Das wäre die zweite Möglichkeit, wie ich dich beteiligen könnte. Aber ich brauche jetzt keine Spezialisten. Denn im Internet gibt es nur Spezialisten, die so viel Geld verdienen, weil sie es alle total drauf haben. Also ich brauche keinen, die sagen, ich brauche 250 Euro die Kreativstunde oder ich brauche dies und jenes. Nein, mach es mit mir. Mach es gemeinsam. Lass mich leben. Mach mit. Erweiter kriegst einmal Geld oder du partizipierst an den Projekten. Das wäre die dritte Geschichte, die ich anbieten kann. Und die vierte Geschichte, die ich anbieten kann, wäre hier aus dem Großraum Bremen jemand, der mit mir zusammen filmt. Das heißt, ich brauche jemanden, der Spaß am Foto und an Film hat. Denn ich habe ganz viele Projekte dieses Jahr vor, wo ich auf Festivals gehe, wo ich auf Veranstaltungen gehe, wo ich Sachen filme, produziere. Das können Unboxings sein. Das können Produkttests sein. Und ich mache bis jetzt alles in Eigenarbeit, meistens mit One-Takern. Das heißt, so wie jetzt einmal und es läuft durch, ohne dass ich groß schneide. Wenn ich jemanden habe, der von euch Lust hat, mit mir zusammen das ein oder andere vor oder hinter der Kamera zu produzieren, wenn du Erfahrung im Filmen hast, dann melde dich bei mir und dann können wir mehrere Projekte auf Freelance-Basis zusammen machen. Oder wir machen Fotoprojekte. Wenn du als Model arbeiten möchtest, dann kriegst du Time for Picture, dann kriegst du die Bilder umsonst. Inklusive der Rechte-Lück kannst du benutzen. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Bist du Film- und Fotoaffin? Hast du Lust mit mir zusammen auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram und auf einem YouTube-Kanal mit mir Dinge zu produzieren? Kommt zu mir, melde dich bei mir und wir können einiges zusammen machen. So, das waren jetzt die vier Möglichkeiten, Geld zu verdienen und ich hoffe, Geld zu verdienen, Spaß zu haben, mit mir zusammen was auf die Beine zu stellen. Wir beide wissen, wir alle wissen nicht, was wird da draus, aber es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Übrigens, heute wäre eigentlich wieder der Tag gewesen, dass ich laufen gehe, aber meine Stimme, ich bin total heiser, kann ich nicht laufen. Das heißt, mein 1000 Kilometer bis zum Marathon-Blog muss heute wieder pausieren. Darum heute von mir die Meldung, was ich vorhabe, mit dir, mit euch zusammen, für die Community. Wir wachsen. Übrigens, mein erklärtes Ziel sind 1000 Abonnenten bis zum 7. April, bis zum HAJ Hannover Marathon zu bekommen. Und wir sind auf einem ganz guten Weg. Die letzten Tage waren echt spannend. Ich habe ganz viele neue, wieder neue Abonnenten dazu bekommen, habe aber auch einige verloren, weil ich ja auch wieder sechs Wochen fast nicht gesendet habe. Also, wenn ihr dabei seid, wenn ihr mich kennenlernen wollt, guckt den Kanal an, schaut euch an, was ich alles bis jetzt gemacht habe. Das ist nur ein gewisser Teil von dem. Wir können gemeinsam ganz viel machen, ganz viel schaffen. Ich erzähle dir nicht den Reichtum, wir fangen bei der zweiten Million an. Nein, wir machen handfest, ehrlich, tolle Sachen. Und lasst mich eins werden, lasst mich euer Silberlocken-Influencer werden, denn so ein alter Sack wie ich mit, ich glaube 52, das ändert sich jedes Jahr, der sich jetzt hier auf YouTube und in den ganzen Kanälen nach vorne prescht, gar nicht so einfach, das ist, da könnt ihr dabei sein und ich muss euch eins sagen, es macht echt viel Spaß, aber als Einzelkämpfer nicht so einfach. Bleibt dran, abonniert mich, meldet sich und ich freue mich darauf, mit dir essen zu gehen. Oder auch um Cocktail oder wie auch immer. Tschüss, bis dann, alles Gute, euer Bockelkadel, viele Grüße hier aus Euden bei Bremen. Bis dann, Servus, Grüzi, Hallo und Ciao. Yeah! Da, 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 da!